Oh mein Gott, das war so wichtig, diesen Kill. Ich hab wie toll, ich hab wie toll, ja man. Was geht's, YouTube-Benz? Wie kommt es in einem weiteren Video auf dem neuen Scorpion-Plays, Freunde? Wir haben heute eine halb ironische, aber auch halb ernste Challenge mit Anton gemeinsam. Ihr werdet gleich sehen, welche Challenge das ist. Ist auf jeden Fall ganz witzig geworden, würde ich sagen. Ja, ansonsten will ich gerade so voll am Beta-Suchten und so. Ich hab überlegt, ob ich streamen soll. Ich werde auch in nächster Zeit wieder mehr streamen. Ich hab ja neulich schon mal gestreamt, aber ich werde vermutlich ein bisschen mehr einfach Just-Chatting streamen. Einfach ein bisschen mit euch labern, einfach ein paar Videos zusammen anschauen und so weiter und so fort. Weil ich da einfach gerade mehr Bock hab, weil beim Gaming, ich finde Modern Warfare generell relativ schwierig noch und ich würde einfach voll gestresst sein. Es würde mir nicht so viel Spaß machen, dann will ich ehrlich sein. Und deswegen kommt es einfach ein paar Videos, ich werde wahrscheinlich auch den nächsten Tag hochladen. Viel Spaß mit der Challenge, let's go. So Anton, komm, wir machen jetzt eine Challenge. Wer von uns 25 Kills schafft, Digga. Das ist die schwierigste Challenge in diesem Game. Das ist echt keine einfache Challenge. Nein, das ist ultra schwer, Digga. Man muss halt hier patrouillieren ein bisschen. Ach komm. Wenn wir beide 25 Kills schaffen, will ich auf das Video 5000 Likes. Jetzt, ja, aber das ist echt nicht einfach. Ich weiß. Das ist ja auch ein bisschen Ironie zwar drin, aber es ist auch ein bisschen ernst. Das ist leider ernst, Digga. Ey, Digga, ich fange schon mal 0-2 an, Digga. Ich schaffe es nicht. Oh, hier ist ein Noob, Digga. Der hat nicht direkt perfekt zurückgeschossen. Das ist für mich schon ein richtiger Noob, glaube ich. Mann, Digga, 0-3. Boah, Digga, bei mir läuft, Digga. Ich habe 4-0 oder so. Komm nicht weg, Digga. Bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich. Er wollte auf mich gehen, hat veraimt. Digga, ich bin... Ich werde sowieso gesfoundt, weil alle ein Astro auf dem Spiel nehmen können. Okay, Digga, let's go. Oh, turn on. Let's go, meine Aufgabe hat es zu schießen. Leute, Stimshot würde ich im Übrigen empfehlen. Ihr seht, ich benutze das. Nein, 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 nein. Oh, ich war so gut im Spawn. Komm, Digga, wir schaffen die Challenge, okay? Okay, ich habe Drohne. Ja, Mann, come on. Ich schwöre, 10 gegen 10 macht aktuell mehr Spaß als 6 gegen 6. Ich habe jetzt schon ein paar Kits am Stück. Nein! Bobo! Bobo, Bobo! Richtig, Justi. Bobo, Bobo holt mich, Digga. Nein, 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 nein! What's on? Wo war er, Mann? Das ist im Übrigen nicht gespielt, Freunde. Ich bin wirklich so verzweifelt. Ihr werdet bei Charlie gebraucht. Didi, 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 didi. Ah, Hilfe. Ich war eben alles. Nein! Wir haben Charlie verloren. Ich hasse es. Mann, Digga, woher? Weißt du das? Nein, nein, nein. Sag doch nur, hi. Kann man es nicht auch mit einem Buchstaben nennen? Ja, klar. Das war so klasse, dass er jetzt hier herkommt. Ich werde gebodyshütet. Digga, also bis jetzt haben wir vier Kills und du hast... Ich habe einfach keinen Kill mehr gemacht seitdem, ne? Und du hast, äh, fünf oder so, ne? Nein, Digga, ich habe schon sieben oder so. Boah, krass, Digga. Du musst mich hier beleidigen, oder was? Ich schaff keine Kills, ne? Alter, wie viel er schluckt, Digga. Oh, ich habe dein Leben ge... Nein, Mann, ah! Ah, jetzt habe ich sieben Kills. Jetzt habe ich sechs Kills. Also 25 Kills pro Person ist hier die schwierigste Challenge, weil er kommt. Und ich weiß nicht, woher, aber er kommt. Mann, Digga, lass mich doch mal irgendwo anders spawnen, Mann! Immer hier hinten, Digga! Ja, hinten links, gell? Ja, Mann, es nervst du, Digga, du musst so weit laufen! Ich will nicht wissen, ob hier wieder einer sitzt. Ich glaube, er saß vorhin da in der Ecke. Jetzt könnte der VTOL auf Station für Überwachung. Ah! Mann! Weißt du was? Ich gönne dem, dem, äh, Teammate seinen VTOL, Digga. Hat er sich verdient? Ja, ich auch. Das ist aber besser, Digga. Was soll ich machen? Oh, bitte, Tim. Ich würde seine Laufwege gerne kaufen. Oh, ich hätte fast so eine geile Szene gehabt, ohne Witz. So, ich bleibe jetzt hier. Hier müsste es schlau sein, Digga. Also, wenn ich weiter so abgeh, Marcel, dann schaffe ich die 25 Kills. Das heißt, der Druck ist nur noch bei dir. Neeein, Mann, ich fick dich, Digga. Ich will nicht mal so behindert ragen, Mann. Es geht aber nicht anders. Es ist ernst. Alter. Du merkst voll, dass du so tust, als ob du dich aufregst. Halt die Fresse, du Hund. Hab so viel gespuckt, Digga. 2 Liter. Ich würde gerne so tun. Ich würde es gerne nicht so empfinden. Ich wäre gerne so richtig fake jetzt und würde mich nicht aufregen. Aber, Freunde, leider rege ich mich auf. Ey, Bro, Digga, das ist doch nicht mehr normal, was die teilweise veranstalten, ne? So, jetzt bin ich wieder im... Hälfte ist, warum ich habe 15 Kills. Bei mir sieht es nicht so rosig aus. Schaust du die 25 Kills? Warte, ich Soundtour jetzt richtig krass. Warte. So, jetzt. Die wollen mich doch verarschen, oder? Mann, Digga, warum? Ich mache immer nur 2 Kills, dann sterbe ich danach. 2 Kills ist doch gut. Wenn der jetzt auf mich geht, dann gehe ich hier rein. Ah, Team jetzt am Helikopter, gönne ich den auch. Anton, es ist lächerlich. Ich habe 8 Kills. Ah, jetzt könnte ich den 9. machen, wenn es gut läuft. Aber es ist noch nicht safe. Ja, doch, ich habe ihn. Du hast 8 Kills erst? Oh, Bro, du wirst dich anstrengen. Du musst jetzt schon abgehen, aber du kannst es auch schaffen. Ja, ich versuche alles, Digga. Ich versuche alles. Ja, ich werde perfekt weggesniped. Weißt du, was auch das Ding ist? Man wechselt immer die Position nach einem Kill, wenn man das von früher kennt. Aber man ist nicht auf der Minimap, man muss die Position nicht wechseln. Das check ich nicht. Digga, kennst du das nicht, wenn man einen Kill macht ohne Schallentfall, dass man dann direkt die Position wechselt, woanders hingeht? Ja. Das muss man in dem Spiel nicht. Warum? Wenn man schießt, ist es noch nicht auf der Minimap angezeigt. Ach so, nur mit Drohne wird man angezeigt? Ja, und dann auch nicht. Wenn man keinen Geist hat auch. Ja. Ah, feindlicher Helikopterschütze, nice. Digga, auf einmal kommt diese Nade reingeflogen. Ich glaube es nicht. Mann! Ich wollte gerade ins Haus rein, Digga. Ich kann da ja nicht raus. Ey Bro, der Helikopter fickt meinen Arschloch. Digga, ich schaff die 25 Kill jetzt nicht. Bro, er hat mich jetzt fast dreimal geholt, Helikopter. Und dann kürzt zur Zeit. So lächerlich. So, Marschloch-Hurfer. Das war wichtig, das war wichtig. Wurde der Helikopter gegeilt, oder? Ne, ist weggeflogen schon. Ich habe 14 Kills, oh Gott, ich muss mich echt anstrengen. Komm, schaust du. Einmal abgehen. Die sind gerade alle da hinten gespawnt, alle. Oh mein Gott, das war so wichtig, diesen Kill. Ich habe VTOL, ich habe VTOL. Ja, Mann. Okay, warte, wo sind die Gegner? Hier, okay. Alle in einem Spawn. Das könnten mir die 25 Kills retten, Digga. VTOL macht natürlich keinen Kill, aber habe ich auch nicht mit gerechnet. Oh, ich habe gnadenlos, Anton. Es wird noch die Nuke sogar, auch noch, zusätzlich. Nice. Ich habe auch VTOL. Also meiner hat keinen Kill. Nein, Luftraum ist voll. Also hat eh noch keinen Kill gemacht, meine. Echt jetzt? Ja. Habe ich einen einzigen? Und jetzt werde ich gesniped, geno-scoped. Ich weiß es, ich muss gar nicht hingucken. Es ist ein No-scoped. Ich bin eins vor Dings. Really? Das ist so lächerlich, es war wirklich ein No-scoped. Oh, VTOL hat einen Kill gemacht. Ich habe richtig Streaks immer am Ende der Runde, Digga. Oh, noch einen Kill von VTOL. Kann man ihn gar nicht einsetzen wegen deinem. Wie viele Kills hast du denn? Ich gucke nicht, warte, ich sage es nicht. Mach schnell einen Kill. Nein, wirklich. Da, warte, da, der Sniper. Nein! Oh, 23. Aber, Freunde, es ist auch die schwierigste Challenge, die möglich ist in diesem Spiel. Wir haben zusammen 55 Kills. Digga, 32 bist du richtig abgegangen, Digga. Ja, ja. Ja. Ach, ja, Freunde. Schön, dann ist auch noch der Typ aus meiner FL nachgejoint im Gegnerteam. Richtig geil, Mann. Danke dafür. Aber ich habe ihn eben schon... Ey, Neymar ist auch Lobby. Ja, Neymar ist auch. Das könnte sogar der Echte sein, Digga. Man weiß es nicht. Okay, Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like. Da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Und... Ciao. Ciao.